herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren folge minecraft feed the beast infinity und aufgrund mehrfachen wunsch nein ich will das gar nicht ich will das gar nicht aber wir brauchen das ganz dringend die automatisierung der kohle ganz dringend so dafür brauchen wir export bus haben wir einen import bus import bus der hier so import bus cable nehmen wir erstmal diese hier und holen uns davon nochmal 10 stück start 48 12 dankeschön dann haben wir den ja dazu jetzt brauchen wir noch den den hier alloys melder habe ich eine axt dabei habe ich natürlich nicht oh was war da noch in in bar in bar in bar in bar in bar irgendwie das ruckelt gerade ganz kurz so zweite kiste dann gehen wir am besten ach so hier erstmal ein jetpack vielleicht den hier auch nochmal weg so weil der hier hat nur die drei dinger oben dran dann nehmen wir uns den hier einfach vor so mal gucken den weg den weg schnappen uns den einfach von hier zack 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 so import 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 Du brauchst dann noch Energie. Ein bisschen Energie. Na komm, treffen. Upsala. So, Energieleitung nehmen wir. Das sind die 800er. Und Holz. Ach so. Ja. Gehen wir jetzt hier um. So, so, so. So, jetzt bin ich hier fest. Und. Energie da ran. Ach so, jetzt komm ich da nicht mehr ran. Hä? Export. Holz. Gerät läuft schon. 62,60 57 Das scheint zu laufen so ok holzkohle beziehungsweise kohle automatisiert läuft schon mal eine sache erledigt so hier den runter den weg den weg den weg den weg kannst du es rein prügeln und der sollte sich dann auch irgendwann eingependelt haben und dann haben wir das auch so wir brauchen jetzt we find iron we find iron das stellt man her wie kein caps lock we find iron blast furnace, redstone furnace, induction smelter eisen und pulverweist charcoal pulverweist charcoal 4 auf 1 1,2,3,4 weich noch gar nicht iron iron haben wir zum Glück noch charcoal fehlt noch so ein halber step verdammt komm schon wir verbrauchen einfach zu viel kohle das ding muss schnell laufen viel viel schnell laufen komm schon gib mir kohle 2 noch 2 noch 2 noch so hier den kannst du wieder behalten so also pulverweiser das ganze zeug dadurch jagen und das durchjagen was haben wir hier drin ach so da war das eisen schon drin so das kommt jetzt in den oh 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 guckt euch mal den energie output an hier wir laufen gleich leer ups mal schnell hier müssen noch kohle nachwerfen bevor hier gleich alles wie auseinander bricht das war caps lock jetzt hier mal eine feststelltaste die er gemeckert hat so da kohle rein dass wir da auf jeden fall schnell nochmal energie rankommen so du warst hier durch gib mal den her und den hätte ich jetzt auch gerne mal hier raus und hier haben wir schon ein bisschen pulverisierte kohle so pass auf das rein, das rein induction smelter dann haben wir refined iron richtig richtig das brauchen wir für die boiler das kann schon mal durchlaufen äh nicht schlecht wäre eventuell wenn das funktioniert das muss reinlaufen ne ja da war ja was das zieht das sicher nicht automatisch raus bin ich zumindest der meinung gewesen ne richtig das zieht das ich nicht automatisch raus dann müssen wir das per hand machen ok gut das haben wir refined iron dann brauchen wir irgendwo war hier noch gunpowder da ist noch gunpowder weil dann brauchen wir schon mal die fire charges machen ganz schnell ganz zügig hier jetzt wollen wir jetzt die fireboxen so das sind die firebox liquid nein die hier dafür brauchen wir fire charge haben wir noch genug davon da hier ah hier Öfen da können wir gleich mal 2-6 von machen oder anderthalb so und da haben wir diese hier davon brauchen wir neun so da haben wir die schon mal gut den Ofen ich denke wir das Ding stellen wir erstmal ne nicht ganz blöd nach da das ist totaler schwachsinn weil der auch wasser braucht den stellen wir nach hinten in die ecke dann können wir uns das wasser nämlich von hier abzwacken so du machst jetzt ausreichend achso und die Verbindung die muss gekappt werden das habe ich so zwischen den Aufnahmen gemerkt dass das nicht so ganz funktioniert die Verbindung setzen wir mal da und weg da weil deswegen backt nämlich deswegen backt nämlich auch die Anzeige hier immer rum und zeigt mehr als überhaupt soll gut so so we find iron oh schön da ist schon einiges fertig dann rödel du da mal weiter in der zeit kümmern wir uns schon mal um die rolling machine zack rolling machine da ist die da ist die oh die geht sogar in einem Schwung gleich so ich muss mal mal ganz kurz woanders auf einem anderen Bildschirm gleich lass mich runter so wir mal da kurz ran so mal schnell auf einem anderen Bildschirm so so da ist er auch schon wieder dann machen wir es so so na komm schon so so da ist er auch schon wieder so Machen wir wieder voll da. So, die Walling Machine. Ach, klatschen wir gleich hier mit daneben. Ok, Energie hat sie. Upsala. Her damit. Stop, stop, stop. Stahlplatten. 36 Boiler. Also 72 Stahlplatten. 72 ganz la von. Voll machen. 72. Dann reicht das Eisen nicht. Okay. Dann. Iron. Einen halben Stack. Charcoal brauchen wir dann. Mal vier. Also zwei Stacks Charcoal nochmal. Das Ganze hier im Pulverhäuser. Man kann das schon mal durcharbeiten. Genau. Du gibst Gas. Du kriegst jetzt nochmal ein bisschen Co. Oh, nein. Nicht die Kiste. Nee, die Kiste hab ich gesagt. So. Das, 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 das. Genau. Das rödelt durch. Das ist noch der eine. Coal Dust. So. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Eisen, Eisen. Und das muss alles durchrödeln. Gut. Du rödelst. We find iron. Von der Liste streichen. Boiler. Sind wir dabei. Können wir sonst schon irgendwas vorbereiten? Ja. Können wir. Wir brauchen Cable. Vermute ich nochmal so 20 Stück. Sollten reichen. Und. Oh, falscher. Ja. Ein Exportbus noch. Export. Den hier. Können wir uns auch noch leisten. Ist doch wunderbar. Aber dann gehen wir schon mal nach hier hinten hin. Exportbus. Da oben hat man drei dran. Das war der hier. Nehmen wir den. Ja. Wolle fahren und all sowas. Und dann müssen wir hier. Kabel auch alle vernünftig verlegen. Weg mit dir ab. Und wieder hin mit dir. Überall stehen die Fackeln weg. Überall. Na, aber dann stelle ich sie wieder weg, wenn einem das Alter ablagt, ne. So, brauchen wir doch nochmal 5 oder 6 oder 7 oder 8, machen wir nochmal 10. Schaden kann es nicht. Ok, davon nochmal 10 Stück oder 12, geht sich nicht auf, also dann noch lieber 12, eine Etage tiefer und oh. Einschluss, jetzt ruckelt es wieder kurz, online und schon geht es wieder. Gut, dann haben wir das und damit geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder weiter seid. Ich versuche auf und sage Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. So. So.